Koi, lass dir mal raus spielen. Oh, soll ich, soll ich... Habe ich was da durch Blacks gehabt, ja? Oh, da soll ich Blacks spielen? Nein. Soll ich mal Kollision anmachen, dass wir uns gegenseitig blocken können? Das wäre lustig. Alles schlimm. Ich glaube, Koi lief gleich in der Nähe, ich mach was. Ihr müsst noch bereit machen. Ja, noch den In-Game-Voice-Chat, oder? Naja, das musst du bei den Einstellungen, ähm, bei Audio-Einstellungen, aber... Wie wohl fühlst du dich, Koi? Eins bis... Eins bis zehn? Wo ist unser Auto? Wie sind wir hierher gekommen? Ne, wir sind über den Zaun gesprungen. Ich hinterfrage mich immer noch, was für eine arme Tasche wir aus China haben. So zwei Euro aus dem Dollar-Store. Ey, wir hören dich, ja. Also, die beiden warten wir. Oh, ey, ey, ey. Patrick! Was ist los? Ich kann mich melken, ja. Patrick... Au! Hallo, kommst du? Hallo, Patrick. Nee, ich will dich melken. Du willst melken? Nein. Dabei will ich weitergehen? Das sieht's. Nee, ich mach. Okay. Leute? Hm? Ist die da innen? Ich seh das, was leuchten. Koi, geh mit. Oh, schau. Los, schau. Weg hier, Hude. Oh, oh, schau. Oh, schau. Ja, jetzt beginnt's praktisch. Okay, ich nehm... Ich tue dir die Kanister schon mal sammeln. Ihr könnt da Ziegen versuchen zu fangen. Oh, das ist ne Ziege. Da ist ne Biege. Was, Biege? Ich kann nicht reden, wenn ich spiele. So, dann gehen wir hier mal raus. Siehst du, wenn sie mich gut behandelt, dann hab ich nichts dagegen, mit dir zu leben. Die wird sich nicht gut behandeln. Das Gefühl hab ich auch. Ja, super. Ja, ist gut. Die rinnt hier gar nicht. Hi. Hast du auch noch ne Ziege? Nee, ich hab die Hintertöne aufgemacht. Ich hab ein paar... Wir haben sie gesehen, Patrick. Ich hab ein paar... Ja, ja. Ich hab's gehört. Ich hab ein paar Genüste gesammelt. Ähm. Alter. Genau. Alter, ja. Und die... Party, Bonfire, ja. Ja, man. Und das nächste verbrennen wir auch gleich. Lounge Mirاب Fuckher-Jagino. Das Lied geht noch viel schneller. Jetzt brennt es richtig. Denn Coi will den Fleisch deeilen. Wim! BAMPAMPAMPAM. Hä, Pussy? Die läuft weg, die läuft weg, Koi! Oh, die kommt! Koi, blende! Koi, blende! Die hat rote Augen, lauf! Die hat rote Augen, Koi! Koi, die hat rote Augen! Ah, ist schon wieder ein Kanister, let's go! Ah, ich hab das Gefühl, ich werde gleich gejumpscafen! Ne, du nicht! Oh, ist sie mad! Oh, oh! Jetzt müssen wir aufpassen, die kommt jetzt irgendwo angerannt wahrscheinlich! Oh, da muss sie! Let's go! Oh, da muss sie! um hatte alle alle blickwinkel ich höre sie, komm nee, die ist noch nicht blindet sie, blindet sie, nice, nice ich kann die Tür holen ich kann die Tür holen auf du hast sie zugemacht, ich hab sie aufgemacht nee, ich hab sie aufgemacht, ich war schneller ich war zuerst aus der Tür du mit deinem kurzen Arm ist sicherlich warte, wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf sechs wir haben drei verbrannt, also ein Kanister brauchen wir noch alter, als ob hier Schlüssel irgendwo ein Gott, der im Nimmerland ist der ist auch nicht hin zu mir hin zu, hin zu blinden, blinden, genau haben wir, haben wir ja, weg, weg, weg das fängt wieder an ja, warte, welches Zimmer war jetzt wo wir jetzt nicht waren ja, die Frau hat's blockiert oh, warte, was ist mit dem Zimmer? waren wir da? äh, Frühstücksraumschlüssel, hat denn jemand? oh, hab ich oh, hat Brian das ist eine Ziege ja, aber da ist auch kein Schlüssel what? habt ihr, warte, hier ist auch noch ein Zimmer habt ihr das aufgemacht? TV-TV-Rum habt ihr, also hast du auch safe TV-Rum hab ich, ja, hier oh, Ziege oh, Ziege oh, da es ist zeit für jali jala ja du bist ins feuer koi alter mach ich wieder feuer und dann können wir den käfig oben aufmachen ja koi koi oh jetzt rein wofür ist ein mad kid oh die ist hier ja ich hab ne ziege koi du musst beleben ryan du siehst mad kids wenn du am boden liegst ah ok hier koi ich konnte ryan nicht wieder auf gehts warte wie viel ziegen haben wir jetzt verbrannt 6 oder 7 6 ok dann 7 und dann combo i guess oder ja schauen wir mal 9 goddammit oh koi höhe warte eu koi ja es im keller ist ne ziege wie ganz das ist ne ziege genau nur noch 2 ich warte wie du wartest die müssen wir actually vielleicht sogar ach so ja oder so oh die kommt die kommt die kommt Ja. Ich steh! Nein! Nein! Jetzt rein! Nein! Ich will reißen! Hey! Stehen geblieben! Hey! Polizei! Wahrscheinlich wird die letzte Ziege noch im Zimmer irgendwo sein. Die ist vorbei gerannt. Die letzte Ziege wird wahrscheinlich irgendwo in dem Zimmer noch sein. Surprise, motherfucker! Nicht rein! Nicht rein! Okay, weg! Los! Die Typ lockt! Die Typ lockt! Die Typ lockt! Die Typ lockt! Koi! 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 Koi habe die Ziege von ihm gefangen. Warte, wir müssen die Zimmer durchschauen. Irgendwo ist noch ne Ziege. Ich will den Koi sehen. Oh, der hat glaub ich Koi geschnappt. Warte, wo liegt denn der? Oh, da oben, über uns ist er. Okay. Da ist ein Hof. Ah, da ist... Die Zone, die Zone, die Zone, die Zone! Wir müssen den ja beleben! Meinen, der hat irgendwoher ein süß Shanty gehört. Wir brauchen noch ne Ziege, Koi, wenn wir ne Ziege haben, dann haben wir gewonnen. Wir brauchen noch ne Ziege. Ich hab kein Heu dabei. Ich hab... Wir brauchen Medikind. Ich hab sie verloren. Koi, wir haben ein Medikind gefunden. Die wirft mich aus dem Haus raus. Hier oben? Oh, ist das hier alles? Leute, ich sterbe an den Dämon. Okay. Hier ist keine Ziege, ne? Oh, hier ist der Dämon. Koi, koi, koi! Weck der, weg der, weg der! Dämon, Koi! Nein, nein, nein! Die Ziege, die Ziege, rein, rein die Ziege! Oh, nein! Oh, nein! Let's go. Hier, hier ist ne Ziege. Hier ist ne Ziege. Wo ist ne Ziege? Ich hab ne Ziege. Okay, warte. Let's go! Oh, jetzt haben wir die Ziege. Let's go! Wir dürfen nicht sterben. Koi, du musst... Koi, du musst... Ich kann nicht mehr. Oh, shit, wir müssen doch verbrennen. Nein! Wir müssen verbrennen! Nein! Nein! Ich dropp, ich dropp. Genau, leg gleich rein. Deins. Ich mach Feuer. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das wird ganz übel. Ich weiß nicht, wo die Ziege ist. Hast du die Ziege? Ah, okay. Nice ist es. Ja, gewonnen, gewonnen. Jetzt kommt sie gleich. Warte, wir können sie schon mal begrüßen. Die kommt gleich. Da, da kommt sie. Oh, ja. Genau. Das hat Koi noch nicht gesehen, bei der weh. Ich hab jetzt nicht mehr. Ja, war lustig. Ja. Ich will nicht mehr. Genau. Da Koi, guck, du stehst auch da Koi. Nice. Der letzte Jumps, come on. Der letzte, ja. Genau, mir. Es war aber wirklich random, wen sie... Ich war direkt neben Koi, so. Also, sie hätte auch mich picken können. Glück auf Kosten meines Wohls. Nee, nee. Pass auf, Koi. Hätte sie mich genommen, dann hätten wir wieder mich beleben müssen und die Ziege holen müssen, weißt du, dann hätten wir länger spielen müssen. So gesehen war es auch gut für dich. Ist mir okay. Nein. Okay, mach mal, mach mal jetzt auf schweren, ja. Nein. Aber guck mal, guck mal, guck mal. Die XP von dem Schwierigkeitsgrad, plus 25%. Das sind 35%, die du mehr bekommst als davor jetzt. Aber schauen wir, wenn wir zu viel spielen, oder? Zu viel ist besser, ja. Ist besser? Ja, das ist besser als Black, weil da weiß ich, dass er die Tür wenigstens nicht zu mir zu machen hat. Ja, wo sie mich von hinten geschnappt hat, da hat mich schon erschreckt. Wo ihr zwei Lümmel nicht die Tür aufmachen konntet. Ich hab nichts gemacht. Ich hab wirklich nur zugeschaut. Ich hab versucht. Ich hab einmal E gedrückt und dann ging die Tür zu und ich wusste nicht, was los war. Ich hab einmal gedrückt und dann hab ich nicht mehr gedrückt. Ich hab nur versucht, euch auf Kamera zu halten. Ich hab nichts gemacht. Hast du die Tür zu gemacht und dann haben wir einfach nur gewartet, bis sie reinschnappt. Ja, ich hab auch nichts gedrückt. Ich hab einmal gedrückt. Mehr hab ich nicht gemacht. Dann hast du die Tür... Ich hab auch einmal gedrückt und dann nicht gewartet. Achso. Ich dachte ihr zwei würdet, weil ihr einfach gegen die Tür rammt. Ja, das ist schön. Warum lachst du immer? Weil ich so viel Spaß an dem Spiel habe. Haha. Kind. Maierizar. Haben die Tür. 하나. Mann. 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 Bis zum nächsten Mal.